Schaui Leute Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Game of Goddard Es ist schon wieder Montag, hier ist der Discard, mit TZ schub ich, äh Ich weiß, wie die Zähne reingekloppt haben, dumm Kopf, Alter Wollte ich doch vielleicht auch Mir ist kein Reim eingefallen, äh Freunde Dear Freestyler, Eiken Discard, lasst alle einen Like da Nein, nein, hör auf, mach jetzt erstmal deinen Reim zu Ende Du willst freestylen? Ja, mach deinen Reim zu Ende Es ist schon wieder Montag, das ist ein Discard, TZ schub ich, mit mehr Feuer als das alte Schlachtschiff Bismarck Schiech, hab ich auch noch eine Doku wieder gesehen Richtig, war gut, mich gut zu willkommen, Digga Ja, war peinlich, kein guter Discard, also war alles scheiße, Freunde, vergesst den Cringe-Anfang Wir müssen auch irgendwie auf 8 Minuten kommen Heute gibt es Eiken Discard Moments Brasilien Edition Ich mach's ja nicht meiner Meinung nach Brasilien Könnt ihr wieder rumholen, könnt ihr wieder sagen, ja der Timo holt nur rum, könnt ihr wieder machen, ist mir egal 5 Millionen Könnt mich wieder auf euer Thumb machen 5 Millionen Benutzt mich, ist okay 5 Millionen Also, Timo, wir sitzen im selben Boot, ich hol mit, ich hol mit, wir sitzen im selben Boot Freunde, lasst alle Like da, falls ihr das feiert und schreibt gerne Vorschläge für neue Icon Discard Varianten für die nächsten Wochen rum Poti Discard, was wollt ihr sehen, schreibt es mal gerne rein, wir machen heute brasilianische Icon Moments Mindestpreis Wollen wir 500k sogar machen Boah Okay 500k Ich sag mich, ich hab's da Dann check, 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 check das Video bei den Teases um 14 Uhr auf, wir gehen ins Draft, let's go, ich muss so performen Mir kann, epische Musik, ich brauch so ein gutes Draft jetzt, come on 5 Millionen, rein da Die werden so einen Rucksack haben Hoffentlich Ja, wichtig Ich hab wirklich ne gute Formation Ja, mir auch Aber es kann ne Blender-Formation sein Wichtig Ganz wichtige Sache Komm, bitte hör nicht aus Bitte blend uns nicht Wichtig Ja, nimm mal mit Bitte fang mal an Nimm mal mit Nimm mal mit Nimm mal mit Nimm mal mit 98er Rating Nimm mal mit Ja Egal, ne Ist egal Da brauch ich Icons Da brauch ich Icons Da brauch ich Icons Ich brauch Icons, Rating und mehr Icons Okay Wirklich stehen Ja, ne Ja, gut Wegen einem Typchen Nimm mit Nimm der Glückliche mit Die Formation kann Flur und Segen zugleich sein Bitte Bitte Ich möchte gewinnen Bitte Müssen wir Was ist das? Ja, gut Wir können noch sehen Ich gegner Schmutz Ja, nimm Ferner mit Oder? Warum? Ja, wegen Katie drüben Ja, nimm mit Ich mein, ich steht viel auf dem Spiel Ja So ist es nicht Ich steht sau viel auf dem Spiel Ja, aber warum krieg ich immer Torhüter Mit einem Rating von 84 Ja, müssen wir Wir hätten halt Ja, mitnehmen können Aber es bringt uns ja nichts Alter Ja, okay Wichtig, wichtig Wichtig, wichtig Wichtig, wichtig Ja, oder? Ja, wichtig, Digga Oder? Nein, das kriegt man niemals Wie man das eingebunden bekommen Wollen wir den? Ja, nimm bisschen Sicherheit damit Jetzt kommt der Jetzt kommt der Der frische Mann Wäre durch gewesen, der Bums Ja, versuch, kannst du ja trotzdem Der frische Mann mitnehmen Ja, warum soll ich den jetzt mitnehmen? Dann geh mal jetzt lieber den Und mach den Sack zu Ja, mach den dazu Komm Eigentlich Quatsch mit Soße, ne? Jetzt kommt der frische Mann Ja, super Ja, den kann ich mitnehmen Klasse Oh, wobei? Wie läuft's denn bei dir dann? Boah Digga, warum sind die Torhüter aber so schlecht? Es ist Es ist betretenes Schweigen Weil Ohhhhh Ja, muss ich machen Ne Sicher, oder? Ja, wir haben ja nichts anderes Ja, das ist Sicherheit ne Beste Du hast dann einfach zwei Ratings gegeben Ach du Scheiße Scheiße What? Es kommt da aber auch nichts Ist egal, Beste, ne? Jetzt brauche ich nur noch Chemie Ich brauche nur noch Chemie Jetzt kann ich machen, wie du bei mir immer Was machst du denn da für ne Scheiße? Ja, das ist korrekt, Beste, ne? Ja, nimm mit Da sieh Ganz wichtig Ja, oder? Ganz wichtig Ja, oder? Mühl zu dem? Mühl zu dem? Ja, lalalalalala Rating für Startup Rating für Startup Rating für Startup Ist das sogar mehr? Ah, nicht schade Ah, Digga, war da choked Oh, ich brauche rechts noch was Trinkt ja nix Mit, ne? Jaa Oh mein Gott, Digga, what the fuck, Alter Digga, ich muss das machen Ich muss... Also das ist... das gibt ja so viel... Was ist das, Digga? Was ist das für ein Draft? Äh, wir können sonst nix... Oh, ich hab ne 94er Bewertung Was? Was geht denn ab? Welche Formation hast du denn? 3, 4, 3 Jetzt hab ich noch 93 Was soll ich machen? Ja, Beste mit Das Projekt ist dann eh gegen die Wand gefahren Oh mein Gott, Digga! Was geht denn hier ab? Ich würde auch gerne rufe, oh mein Gott, was geht hier ab? Was soll ich machen? Ja, mitne Was ist nix denn? Aber wer bringt mir was? Bringt er was? Nein Wir kriegen nen Harid Ja, muss ich Muss ich Ja, geht eh, man Aber nicht im Draft Ach Gott Hey Beste mit Bringt uns keiner was Ich darf halt ehrlich nicht Ich darf halt wirklich nicht An der Äh Ach Chimischatern Das wäre nämlich Unlucky What? Gut gemacht, Timo Gut Super Oh Gott, ist das schlecht Ganz, ganz stiller Rückbau Warte, was lass ich hier? So Wer bringt es überhaupt was? Ja, das ist ja scheiße Ah, bitte ich brauch noch nen Torwart Bitte noch nen Torwart Nein, jetzt hör auf Zieh mich nicht runter Zieh mich nicht runter Was soll die Scheiße? Bitte Torwart Nein Nein Bitte nicht Kann machen was ich will Ja, geht nicht mehr Sortier die Bank Sortier die Bank Sortier ist jetzt wirklich die Bank Du hast ihn noch in Position Pfff Das war auch schwach was hier sitzt Ne Ja, da kam nichts Sortier sogar durch Das kannst du nicht vorwerfen Sortier das zu gut Was sehe ich hier nicht richtig Was alle anderen sehen werden Du kannst aufhören Warte mal was brauche ich Wer hat Ich bau einfach schnell ne neue Soll ich nochmal schnell anfangen Dicker Entweder Ich probier's Ich probier's Es geht mit Risiko Was hast du denn 192 Pfff Da macht der Hohenblick ein Ja, wir haben 190 Ja, ich hatte Ich hatte 93 Bewertungen Aber dann 99 Chemie Geben wir auf den Transfermarkt Icon Brasil Moments 500k Oh Gott Scheiße Und passend dazu hatte ich einen Pelé Moment Moin Unsere inkompetenten Freunde von Tisi Schubeck Haben natürlich 400 statt 500k eingestellt Also bitte entschuldigt dieses Fehlverhalten Eine schmerzvolle Bestrafung haben sie dafür schon erhalten So, warte Ich möchte Dieter was gutes treffen, bitte Ich gehe hier auf Oh nein Prime Icon Moments Brasilien 500k Ey, ich muss nur performen jetzt Aber ich darf mich auch nicht zu früh freuen Weil wir nehmen die Folge auch nochmal bei den Teasys auf Und ich hab nur noch 4 Millionen Ja, rein da, ne? Ja, rein da Das kann halt wirklich Hardcore unangenehm werden, ne? Irgendwo Ach du Gott Ach du Gott Ist was Gutes dabei Ach du Ach du Gott Ach du Gott Ist was Gutes dabei Ach du Gott Ach du Gott Ich nehm die 2 2 2 2 2 2 Wow Garincha für knapp 2 Millionen Also Man muss sagen Es war Richtig Richtig Es war Rivaldo drauf für 400 Die 2 war direkt Garincha Sokrates war noch drauf für 400 Carlos Alberto wäre noch für eine Mille Es wäre halt auch noch ein Gaucho Moments für 8 drauf gewesen Aber da hast du schon Der zweitbeste getroffen Ahhhh Nehm ich Garincha für 2 Millionen Let's go Tschüss Scheiße Sehr schön Digga, das kann man also Das kann man nicht oft machen Das kann man nicht oft machen noch Geht nicht oft, sag ich euch wie es ist Ja, ist das cardet Ja, finde ich gut Freunde Icon Moments Brasil Wie fandet ihr die E- Ah, eigentlich darf mich nicht zu früh freuen Checkt das Video bei TZ Kommt eine Stunde später Falls ihr es noch nicht gesehen habt 14 Uhr rein da Da wird es nochmal genauso eklig Ich darf mich ehrlich nicht zu früh freuen Sonst habe ich ein dickes Problem Wir sehen uns gleich bei TZ auf dem Kanal TZ jetzt Warte Schau mal die Haare Muss ich Hand heben einfach Heb die Hand nochmal auf das Video Tschüss Fertig Szig Mit TZ Spät TZ Bis zum nächsten Mal.